So Leute, kommt mal ran. Ich hab ne Idee. Pass mal auf. Ich hab mir in letzter Zeit die Menschen mal angeguckt. Ich glaub ich je wieder. Hör erst mal zu. Er hat doch noch gar nichts gesagt. Einer nach dem anderen. Mehr Schnauze. Jedenfalls hab ich den Eindruck, dass die Debattenkultur nachgelassen hat. Die wat? Ich denke wir sollten über alles sprechen. Hier, an diesem Tisch. Ihr könnt über alles sprechen, ich sag nichts. Dich fragt ja auch keiner. Aber dich oder was? Schnauze. Deswegen möchte ich mich jetzt regelmäßig mit euch hier treffen und aktuelle Themen besprechen. Was für Themen? Corona! Zum Beispiel. Gibt's das immer noch? Allerdings. Und dann müssen wir das jetzt auch ordentlich machen. So und das ist genau der Punkt. Unter ordentlich machen versteht ja jeder was anderes. Also ich mach da sowieso nie mit. Könnt ja knicken. Und dann wundern wir uns, dass die Zahlen hochgehen. Also ich geh auch gleich hoch. Steffi. Ist doch wahr. Eins. Zwei. Drei. Entschuldigung aber das ist doch asozial. Hä? Sechs. Sieben. Sieben. Sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich mach da nicht mit. Hab ich doch gar nicht gesagt. Ah. Es geht zwölf, dreizehn, vierzehn. Also ich hab das jetzt mal nachgerechnet. Die Zahlen gehen immer weiter hoch. Oh. Es geht doch nicht um Zahlen. Es geht doch um Menschen. Und Tiere. Und Pflanzen. Schnauze. Und es geht um euch. Mein Plan ist mit diesen Kollegen eure Themen zu besprechen. Was bewegt euch? Oh Gott. Schreibt einfach unten in die Kommentare was ansteht. Und in der nächsten Ausgabe der Runde Tisch besprechen wir eine Auswahl eurer Fragen. Ich hoffe das läuft transparent. Wer soll nicht bezahlen? Schaut in die Videobeschreibung. Da steht wie ihr uns etwas in den Hut werfen könnt. Um dieses Projekt exklusiv für euch zu produzieren. Verstehe. Vor allem aber füttert uns mit privaten, beruflichen, gesellschaftlichen Themen, Fragen und Geschichten aus eurem Leben, die wir hier diskutieren sollen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Du auch Zottel? Absolut. Abonniert unbedingt den Kanal, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns. BCommabивает dich für euch. Mehr den Kanal jetzt nереifen Folfolgt, und sein Vケerchen Programmamp démentabel. Die兒 sind all das gelichen Falls das cookbooks nicht ready, diese Nacht war her 350, mit Tr spacecraftuch 1019 essa FlCD 20 Kız Nummeracks und erst da mal ein drinnen. Für uns wird es leer drinnen. Нам einen Sonnen crashen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Selbst die Leute sind Wir sehen uns. Vielen Dank.